Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Dr. Markus Schor und ich möchte Sie einladen zu meinem Herbstsemester, zu dem Seminar speziell Wissen wir, was uns glücklich macht. Ein Seminar an der U3L, also an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt und dort in dem Bereich und Universität des dritten Lebensalters. Es geht los am 18.10.2023, live am Campus Wockenheim, immer mittwochs von 12.15 bis 13.45. Das ist ein persönliches Treffen, kein Online-Seminar und wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie sich bitte bei der U3L ein. Ich werde das am Schluss nochmal anhängen, dann wissen Sie gleich und finden dann auch unter dem Video direkt die Links, wo Sie sich eintragen, wo Sie sich immatrikulieren können. Ich freue mich insofern, dass Sie jetzt heute hier neugierig sind und versuche Ihre Neugier ganz blitzartig zu erfahrbar zu machen, was wir in diesem Seminar machen. Ich habe mir dafür was ausgedacht und insofern herzlich willkommen. Ja, wie glücklich sind Sie denn eigentlich? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Oh Mann, kann man ja jeden Tag gefragt werden, manchmal so, wie geht's? Ein gute Wie, sagt der andere Seite dann. Aber tatsächlich hat die Wissenschaft ein Problem. Es gibt offenbar zwei Arten, zwei Selbste in uns drin, die jetzt antworten können und das will ich jetzt mal fühlbar machen, damit Sie sehen, womit wir gerade so rumhängen. Die erste Frage ist einfach, wir gehen mal beide Wege und die erste Weg ist, wir folgen mal dem erlebenden Ich in Ihnen. Das ist sozusagen dem Augenblick, dem echten Erleben verpflichtet und dieses Ich fragt jetzt zum Beispiel Sachen wie, bin ich jetzt gerade schmerzfrei? Habe ich weder Hunger noch Durst? Werde ich gerade nicht bedroht oder bedrängt? War das ein guter Tag heute? Sie frieren auch, friere ich jetzt oder schwitze ich oder muss ich dringend auf die Toilette? Das würde alles so Negativpunkte bringen. Oder stattdessen gönnen Sie sich gerade Zeit für diesen Teaser. Das könnte ja positive Punkte bringen. Und schon sind wir an dem Punkt, jetzt können Sie sozusagen aus Sicht des erlebenden Ichs aus dem Moment heraus sagen, okay, ich bin zur Zeit glücklich. Also entweder ist das sehr gut, dann zehn, ja, acht, neun, zehn, ja. Oder Sie sind sehr schlecht und ganz schlecht, irgendwas stimmt nicht, ja, Sie haben Riesenhunger oder haben dauernd Schmerzen. Dann werden Sie dem unteren Bereich oder in der Mitte irgendwo bei fünf wäre befriedigend. Also bitte wählen Sie jetzt einfach eine Zahl zwischen eins und zehn, um zu bewerten, wie Sie sich gerade aus Sicht dieses erlebenden Ichs glücklich fühlen oder eben weniger glücklich, okay? Gut, ich nehme an, das haben Sie schon geschafft und mache jetzt weiter. Und jetzt nehmen wir das andere Ich in Ihnen, das erinnernde Ich und arbeiten mal mit dem und befragen die Frage, warum sind Sie jetzt eigentlich glücklich, ja? Und dann wollen wir mal gucken. Sie laufen gerade, also dieses erinnerte Ich arbeitet am allerliebsten eigentlich immer mit Geschichten. Es will also eine Geschichte sich erinnern, zum Beispiel eine Geschichte, die Geschichte Ihrer Karriere. Verläuft diese Geschichte gerade gut? Klappt es mit dem Geldverdienen wie geplant, ja? Und das wäre zum Beispiel eine Frage. Also wie sieht es mit der Partnerschaft aus? Werden Sie angelächelt? Werden Ihre Gefühle ernst genommen? Wie sieht es damit aus? Sind Sie da angekommen oder haben Sie gerade keine? Je nachdem, wie Sie das bewerten, ganz egal. Also Familie, wie sieht es damit aus? Klappt das oder ist es eher stressig, okay? Könnte ja auch sein. Oder Fitness, wie steht es damit? Sie haben sich was vorgenommen, fit zu sein und agil und beweglich und nicht träge, ja? Okay, also Freundschaft, wie steht es denn damit? Sind Sie damit sich zufrieden, ja? Klappt das, klappt Ihre Freundschaften oder läuft es nicht so wie geplant? Wie ist es mit der Verwirklichung Ihrer Lebensträume? Jetzt sind wir aber schon ganz schön weit, okay? Und das ist typisch. All dieses, was so in Geschichten abgefasst wird, ja, was Zukunft und Vergangenheit hat, das gehört in diesen reichen Erinnerungen und dieses erinnerte Ich. Und deswegen machen wir jetzt am Schluss nochmal genau dasselbe. Sie wählen mal zwischen 1 und 10 eine Zahl aus, die am besten beschreibt, wie glücklich Sie aus Sicht Ihres erinnernden Ichs gerade sind, okay? Also 1 ist sehr schlecht, 10 ist supergut und 5 wäre befriedigend. Gucken Sie mal, dass Sie eine Zahl finden, wo Sie denken, das könnte ungefähr passen. Super, wenn Sie damit durch sind, stehen Sie also genauso wie ich, wie ein Ochs vor einem Bär und sagen, Hallo, ich habe auf die Frage, warum ich glücklich, wie glücklich ich gerade bin, eine vermutlich widersprüchliche, also wir haben verschiedene Bewertungen gefunden. Fast immer sind nämlich die beiden Ichs sich nicht einig, okay? Diese Erfahrung haben Sie wahrscheinlich jetzt auch gemacht. Welches ist aber wichtiger und sollte Vorrang haben? Oh, interessante Frage, ja, das werden wir gleich mal ausprobieren. Was ist, wenn Sie miteinander in Konflikt geraten? Hm, das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ja, probieren wir auch aus. Ja, nicht heute, aber im Seminar. Das erlebende Ich und das erinnernde Ich haben ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen. Ja, darüber werden wir sehr viel hören. Lassen Sie uns mal gleich loslegen und einfach was austesten. Ich finde immer Experimente, das werden Sie sehr viel in meinem Seminar haben und wir werden auch viel über diese Experimente nachdenken, vielleicht sogar selber welche erfinden. Mir ist deshalb wichtig, dass Sie gleich wissen, wie das bei mir abgeht. Also, Sie verlieben sich in eine wertvolle, seltene Briefmarke. Es könnte auch eine Aktie sein oder eine Münze, egal. Ja, aber der Preis von 500 Euro ist Ihnen zu hoch. Dann erleben Sie, wie der Preis auf 600 und bald schon auf 700 Euro steigt. Da schlagen Sie für 700 Euro zu und kaufen die Briefmarke. Okay, Beginn der Geschichte. Kurz darauf treten Käufer auf Sie zu und bieten Ihnen 800 und ein paar Wochen später sogar 900 Euro für Ihre Briefmarke an, aber Sie verkaufen nicht. Ein paar Monate später tritt erneut jemand auf Sie zu und bietet Ihnen 1.100 Euro für Ihre Briefmarke an. Sie lehnen ab. Nur vier Wochen später bietet ihm jemand 700 Euro an und ein paar Tage später 800. Und nach kurzem Überlegen nehmen Sie dieses Angebot an und verkaufen Ihre Briefmarke für 800 Euro. Okay? Ja, dann geht es folgendermaßen weiter. Zehn Tage später verlangt man von Ihnen 950 für diese Briefmarke. Dann will sogar jemand 1.000 Euro für diese Briefmarke. Sie kaufen sie nicht zurück. Erst als jemand bereit ist, sie Ihnen für 880 zu verkaufen, kaufen Sie die Briefmarke erneut ein. Okay, vier Wochen später, ein paar Tage nach Ihrem Urlaub, bietet Ihnen jemand 1220 Euro für Ihre Briefmarke. Doch Sie lehnen ab. Drei Tage später bietet man Ihnen 1380 Euro für Ihre Briefmarke. Doch Sie lehnen ab. Hm. Vier Monate lang schwanken nun die Angebote zwischen 1380 Euro und 1250 Euro. Doch Sie behalten Ihre Briefmarke. In den folgenden zwei Wochen kommen folgende Angebote in schneller Folge. 1150 Euro, 1060, 1180 Euro, dann 980, 930, dann wieder 1020. Sie bleiben ruhig und verkaufen nicht. Dann bietet man Ihnen 880, dann 795, dann 730, dann 895 Euro. Jetzt verkaufen Sie für 895 Euro. So, das war schon die ganze Geschichte mit der Briefmarke. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, welche der folgenden Aussagen stimmt. Sie sind ein Verlierer, Sie haben wenig verdient und fast alles verpasst. Sie sind ein Gewinner, Sie haben zweimal gekauft und zweimal verkauft und haben für 100 Euro Gewinn gemacht. Über 100 Euro Gewinn gemacht. Sie sind ein Verlierer, Sie haben nur Verluste mit der Briefmarke gemacht. Nur Verluste. Mhm. Okay. So. Jetzt überlegen Sie mal, welche Aussage ist stimmig. Ja. Und Sie müssen sich für eine entscheiden. Sie können nur eine auswählen, die für Sie passt. Okay. Bitte wählen Sie sich. Entscheiden Sie jetzt. 23, 22, 19, 18. Alles klar. Okay. Jetzt nehme ich an, Sie haben sich entschieden. Sonst macht es keinen Spaß. Also entscheiden Sie sich. Okay. So. Hier zeige ich Ihnen, wie die anderen sich entschieden haben. Also, als wir das online gemacht haben, vor etwa zwei Monaten, haben etwa 100 Leute mitgemacht. Und das war das Ergebnis. Sie sind ein Verlierer. Sie haben wenig verdient und fast alles verpasst, haben 29% gesagt. Sie sind ein Gewinner, 15%. Sie sind ein Verlierer, haben 56% gesagt. Sie haben nur Verluste mit der Briefmarke gemacht. Nun zeige ich Ihnen natürlich ganz kurz, dass zwei Aussagen ansatzweise stimmig sind und warum. Und eine ist definitiv nicht stimmig. Okay. Also schauen wir mal. Also, wollen wir mal gucken. Also, das war diese erste Seite. Da haben wir für 700 Euro gekauft und für 800 Euro schließlich verkauft sind 100 Euro Gewinn. Das ist schon mal gut. Ja. Und auf der zweiten Seite hatten wir 880 Euro gekauft und für 895 Euro verkauft sind 15 Euro Gewinn. Tatsächlich ist also richtig, dass man 115 Euro Gewinn erzielt wurde. Okay. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf die Überblick. Und damit sehen wir schon, dass diese Aussage stimmig ist. Es wurde zweimal gekauft, zweimal verkauft und es gibt über 100 Euro Gewinn. Ja, das mit dem Gewinn ist natürlich auch immer eine Sache des Fühlens. Ich persönlich, wenn ich jetzt eher Trainer wäre, zum Beispiel im Aktienbereich würde sagen, hey, Ihnen fehlt nur ein einziger Trick. Sie müssen die Gewinne laufen lassen. Und ich müsste Ihnen jetzt zeigen, wie? Dann würden bald aus den 115 Euro viel, viel mehr Geld. Also, ich würde Sie als Gewinner sehen, weil Ihnen nur noch ein Schritt fehlt. Okay. So kann man das sehen. Ich denke, Sie verstehen, warum ich diese Variante sofort gewählt hätte. So. Jetzt sind Sie ein Verlierer. Sie haben wenig verdient und fast alles verpasst. Das scheint auch richtig zu sein. Aber jetzt ist es interessant. Während ich das Ganze jetzt eben wie ein momentanes Ereignis erlebt habe, also mit dem Erlebenden, den ich beschrieben habe, muss ich jetzt, um diese Seite zu zeigen, muss ich jetzt das erinnernde Ich einschalten. Jetzt wird es doch spannend, oder? Also gucken wir uns das an. So. Also für das erinnernde Ich war das ganz verrückt. Etwas, was 500 Euro gekostet hat, kostet irgendwann mal 1100 Euro. Und ich habe nur 100 Euro Gewinn, also fast nichts. Dieses erinnernde Ich geht auch so vor und sagt, es muss einen Höhepunkt geben. Den gab es, den wurde verpasst. Also kein Höhepunkt. Und der Schluss ist auch nicht toll. Okay. Das heißt, für dieses erinnernde Ich ist das eindeutig ein Verlieren. Und da kommt noch hinzu, dass wenn man 1100 Euro auf der Tasche hatte und vielleicht schon in Gedanken in einen Fernseher verwandelt hatte, dass sich dieser Fernseher plötzlich in einen viel kleineren Fernseher zurückverwandelt hat, was tatsächlich für dieses erinnernde Ich ein tatsächlicher Verlust darstellt. Okay. Das heißt, das wird als Verlust erlebt. Klingt jetzt widersprüchlich, ist aber interessant. Deswegen sind wir ja im Seminar. Für das erinnernde Echt ist das ein genauso großer Verlust. Ja. Und deswegen hat es auch das Gefühl, da gäbe es vielleicht gar keinen Verlust, wenn es noch ein bisschen radikaler ist. Okay. Aber man sieht, also okay, er sieht noch, es gibt einen kleinen Gewinn auf dem Konto, aber es gibt einen großen Verlust des Verpassens. Ja. Und so kommt also diese Sache zustande. Und auf der nächsten Seite ist das genau dasselbe. 880 Euro. Man war bei 1380 Euro. Der Gewinn wurde verpasst. Und am Ende bleibt nur ein winzig kleiner Gewinn. Also wieder am Schluss Mist. Also für das erinnernde Echt eine Qual. Ja. Und deswegen tendiert es dazu, die Wirklichkeit sogar zu negieren. Und das führt dazu, dass 95% glauben, dass überhaupt kein Gewinn gemacht wurde. Das heißt, dieses erinnernde Echt ist so mächtig, dass es die Wahrheit sogar überschrieben hat. Hey, hatten wir das Thema Wahrheit nicht neulich schon mal irgendwo irgendwie Fake News? Jetzt wissen Sie schon, Sie sind mitten in meinem Seminar und Sie haben vielleicht verstanden, warum ich das überhaupt mache. Ja. Super genial. Das ist einer der vielen Fragen, die da offen sind. Und ich bin sehr gespannt, wie kann man so weit weg. Vielleicht will ich nochmal klar sagen. Stell dir vor, der lernt jetzt hier jeden Monat 1000 oder alle fünf Monate 1000 Euro dazu zu verdienen. Dann ist das doch eine neue Wirklichkeit für seine ganze Familie. Während der hier ja immer nur Geschichten erzählt und sowieso nie zu einem Punkt kommt. Okay. Okay. Also den wird man als Gewinner nie erleben können. Ja. Wenn er als Gewinner wird, dann wird er, lernt er sofort, verlernt er alles, was gut ist, wie man es schafft. Also wenn er durch Glück zu Gewinn kommt, dann hat er gleichzeitig den Lernverlust. Also ich gehe schon zu tief rein. Alles gut. Kein Problem. So. Wenn Sie jetzt denken, mein Gott, die Welt da draußen kommt mir so kompliziert vor und überfordert mich vielleicht sogar ein Stück. Und jetzt kommt der Herr Schor und sagt, manch, die Verwirrung ist in unseren eigenen Köpfen drin und wir müssen die erforschen. Dann schmunzle ich und antworte Ihnen, Sie haben die Ursache und Wirkung verwechselt. Okay. Genau. Durch diese Frage müssen Sie durch. Mir fällt noch ein guter Witz dazu ein. Zu viel Geld kann den Charakter verderben. Sie kennen das vielleicht. Ein Kind ist mit einem goldenen Löffel geboren und wir machen uns lustig drüber und sagen, okay, er kriegt sowieso nichts Vernünftiges auf die Reihe. Der Ritz geht aber weiter. Aber auch der Mangel an Geld macht ihn nicht besser. Macht den Charakter nicht besser. Okay. Und das ist übrigens ein Witz von Danny Kay. Und es zeigt, dass wenn wir uns zum Beispiel auf diese Söhne konzentrieren, die Geld verschwenden. Also diese Söhne mit den goldenen Löffeln oder diese Leute, die durch Geld einfach Snobs geworden sind. Dann vergessen wir häufig, dass die meisten Verbrechen doch von den Menschen begangen werden, die einen Mangel an Geld haben. Okay. Und glaube ich, das sagt schon alles. So, letzte Hinweise. Es gibt kein festgelegtes Lernziel. Wir sind hier ergebnisoffen. Ich hoffe, wir finden ganz tolle Lösungen und Sie sind Teil davon. Wir zeichnen nicht auf, aber es gibt Zusammenfassungen, die Ihnen helfen, wenn Sie mal einen Termin verpasst haben, dass Sie trotzdem weiter dabei sein können. Je aktiver Sie mitmachen, desto besser. Melden Sie sich bei der U3L an. Jetzt kommt gleich noch der Teaser von denen hinten dran. Und ich freue mich auf Sie. Ich bin gespannt, ob Sie sich trauen. Bis bald, euer Doc. Tschüss. Wer ist eigentlich die U3L? Das ist die Universität des dritten Lebensalters an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Die U3L ist die Chance für ältere Menschen, die es nochmal wissen wollen. Wie ist der Stand der Forschung? Was haben die neuen Erkenntnisse mit mir und meinem Leben zu tun? Kläre ich meine Fragen? Und oder mache ich doch noch einen Abschluss? Kommen Sie bei der U3L vorbei und starten Sie durch, auch online.